Ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen R-Test. Heute gibt es was zu trinken. Ich habe Durst und muss diesen Durst irgendwie löschen und versuche das oder mache das mit Goldmalz. Mal was ganz anderes. Malzbier erforschend anders. Ein alkoholfreies Malzgetränk aus Hamburg von der Veritas Vertriebsgesellschaft MbH. Das klingt so ein bisschen kryptisch. Wer weiß, wer das eigentlich hergestellt hat. Kommt von Edeka. Da wird das verkauft. In dem Fall Edeka Cremen. Ja, besteht aus Wasser. Überraschenderweise 6,5% Gerstenmalz, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff, Ammoniak, Zucker, Likör und Hopfen. Zucker übrigens 7,5 Gramm in 100 Milliliter und das ist ja jetzt auch nicht so ganz ohne, sag ich mal. Es ist übrigens auch Salz drin. 0,04 Gramm. Da steht dann hier, der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen. Ja. Goldmalz. Ich habe schon wieder leider kein Glas mit, um irgendwie zu sehen, wie das denn nun eigentlich aussieht. Deswegen fällt das aber im Grunde Malzbier. Also auch wenn hier Goldmalz steht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach jetzt hell aussieht. So. Ja, riecht wie Malzbier. Also eigentlich ist ja Malzbier immer total lecker und auch dieses Malzbier schmeckt wirklich gut. Es ist relativ süßlich. Der Malzgeschmack kommt beim Abgang, merke ich jetzt gerade. Also wenn er dann die Kehle runterrollt, dann kommt auch der Malzgeschmack. Also am Anfang relativ süß und im Laufe der Zeit entsteht dann so ein bisschen eine leichte Bitternis. Und das ist letztlich eigentlich dann tatsächlich ganz lecker. Andererseits merke ich auch kaum einen Unterschied zu anderen Malzbiersorten. Insofern erfrischend anders. Bezieht sich, kann sich eigentlich aus meiner Sicht höchstens auf das Malzbier an sich beziehen. Ansonsten ist das jetzt nicht so sehr viel anders als andere Malzbiersorten. Vielleicht nicht ganz so süß wie andere Malzbiersorten. Aber ansonsten könnte ich jetzt dieses erfrischend anders jetzt nicht so wirklich bestätigen. Danke und bis zum nächsten Mal.